Die Eishockey-Saison hat gestartet. Das heißt, wir gehen für das nächste Video Eishockey spielen. Das heißt, zuerst mal ein Training und dann am Schluss wieder Eishockey-Match gespielt. Das heißt, wir reagieren zur nächsten Folge. Und dann können wir auch bardziej Fokus zurückkeisen. Die Eishockey-Saison hat sich komplett mit der Eishockey-Saison und dann doch diese Eishockey-Saison. So viele Menschen müssen alle GmbH im Lebensmittelverteilen. Die Eishockey-Saison ist ein Training für ein Training. Das heißt, wir sehen uns bei einer Berichtung. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank.